In Wahlerbergstraße in Münzingen, wir wurden alarmiert um 0.47 Uhr mit dem Stichwort Brand mit Rettung. Der Eintreffer wurde festgestellt, dass er auf dem Balkon im Ortgeschoss in voller Ausdehnung brennt. Mehrere Personen waren vorm Gebäude und haben berichtet, dass der Trefferraum komplett verraucht ist. Auf Balkone im Rückbereich waren weitere fünf Personen auf drei verschiedene Balkone. Die konnten die Wohnung nicht verlassen, weil der Trefferraum einfach verraucht war. Es wurde ein Trupp zur Brandbekämpfung beauftragt, ein weiterer Trupp zur Kontrolle des Trefferhauses und es wurden mehrere tragbare Leiter in Stellung gebracht, um die Personen zu betreuern. Die Personen wurden alle anschließend über das Rauchdreh Trefferhaus nach unten gebracht. Es ging ein Trupp mit dem Schlauchpaket vor, hat ein Rauchbau angesetzt und er hat dann umgehend die Löschmaßnahmen auf dem Balkon eingeleitet. Es war ein Rohr zur Brandbekämpfung eingesetzt, ein Rohr zur Eigenssicherung im Trefferhaus und ein weiteres in Bereitstellung im Ausdehnungsbereich. Die Drehleiter war primär zur Anleiterbereitschaft eingesetzt, dann zum Ausleuchten und jetzt wurden noch verschiedene Wohnungen gewaltspräge geöffnet bzw. verschlossen. Es wurden mehrere Wohnungen geöffnet, bei einigen waren das Düsseldorf, viele Wohnungen waren da auch unbewohnt, aber es wurden bestimmt fünf Stück mit dem Sietix geöffnet. Aktuell gibt es keine Verletzung zu beklagen. Die Brandwohnung ist unbewohnbar, die restlichen Wohnungen sind jetzt schon belüftet, dass wir die wieder bewohnen können. Für die Personen in der Brandwohnung wird eine Alternativunterkunft von der Stadt Münzinger organisiert. Der Balkon war im Vollbrennübergriff auf die Wohnung und auf die darüber liegende Wohnung hat gedroht. Die Stadt Münzinger waren mit 35 Einsatzkräften und sechs Fahrzeuge im Einsatz. Wir machen jetzt die Wohnungen wieder so, dass wir die bewohnen können. Das heißt, sie werden verschlossen, der Trepperaum wird weiterhin belüftet und ist für uns einlassend.